Golf 2, Golf 3 und Golf 4, alle waren sie schon dran und nachdem er jetzt fast 50 Jahre wird, wird es Zeit für den Golf 1. Ich habe mir den Golf 1 von einem Bekannten geliehen und wir sehen uns jetzt mal an, wie viel es davon denn auch in Deutschland gibt. Die Zahlen sind noch aus dem Jahr 2023, auf die neuen Zahlen für 2024 müssen wir noch ein paar Monate warten, die gibt es dann aber selbstverständlich auch. Den Golf 1 gab es bekanntlich nicht nur als Limousine, sondern auch als Cabrillo, das bekanntlich länger gebaut wurde. Falls ihr euch auch ein Video zum Jetta 1 wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Es sind noch etwa 44.000 Golf 1 zugelassen, von denen aber nur 9500 Limousinen sind. Über 34.000 sind Cabrios. Und dass der Golf 1 auch nach 50 Jahren weiterhin sehr beliebt ist, sieht man sehr gut daran, dass die Zulassungszahlen in den letzten Jahren doch stark gestiegen sind. Während wir 2019 nur 42.000 Stück hatten, sind es 2023 über 44.000. Und das, obwohl der Golf 1 schon viele Jahrzehnte nicht mehr gebaut wird. Den City Golf lasse ich mal außen vor. Wie wir schon gesehen haben, gibt es vom Golf 1 Cabrillo deutlich mehr als von der Limousine. Die Anzahl der Fahrzeuge ist aber bei beiden in den letzten Jahren merklich gestiegen. Der Golf 1 gab es sowohl als Benziner als auch als Diesel, wobei der Dieselmotor den Limousinen vorbehalten war. Prozentual gesehen ist der Anstieg bei der Limousine sogar stärker als beim Cabrillo. Werfen wir doch mal einen Blick auf den Diesel. Von dem Diesel mit 69 PS gibt es noch immerhin 160 Stück. Bei 50 PS Diesel sind die Zahlen in den letzten Jahren langsam, aber stetig zurückgegangen, sodass wir inzwischen nur noch 342 Stück auf den deutschen Straßen zu sehen bekommen. Deutlich beliebter scheint der 54 PS Diesel zu sein. Nach einem leichten Auf und Ab haben wir jetzt noch 768 Stück. Und damit kommen wir auch schon zu den Cabrios und beginnen mit einem Exemplar von der 59 PS Variante. Etwas mehr gibt es von der 54 PS Variante, davon haben wir noch ganze 4 Stück. Von 50 PS Cabrio sind auch ganze 13 Stück angemeldet. Und jetzt machen wir einen echten Sprung nach oben, sowohl in Sachen Leistung als auch in der Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge. Und zwar kommt da 74 PS Benziner auf fast 1700 Exemplare. Beim Cabrio mit der eigentlich GTI Motorisierung von 110 PS haben wir noch 158 Exemplare. Und wo wir schon beim quasi GTI sind, von der 112 PS Variante haben wir noch 927 Stück. Knapp über 1000 Stück gibt es noch von der 69 PS Variante und von der 90 PS sogar 1.500. Doch da ist noch Luft nach oben. Vom 72 PS Cabrio gibt es noch 2360 Exemplare. Und auch hier wieder schön zu sehen, wie die Zahlen in den letzten Jahren gestiegen sind. Und mehr als doppelt so viele fahren noch von den beliebten 95 PS Motor rum. Viele werden es schon geahnt haben, die Masse der Fahrzeuge fahren mit 98 PS durch die Gegend. Und zwar fast 22.000 Stück. Wir wollen natürlich auch wissen, wie es bei der Limousine aussieht. Mit 51 PS fahren nur noch 10 Stück durch die Gegend. Von der Motorisierung mit 1 PS weniger gibt es hingegen deutlich mehr. Und zwar 2670 Exemplare. Auch hier ist zu sehen, dass es in den letzten Jahren eigentlich einen leichten Anstieg war, auch wenn es zuletzt etwas weniger geworden sind. Vergleichsweise über Schaubach 250 Stück gibt es vom Golf 1 mit 59 PS. Und vom 74 PSler noch 390. Deutlich mehr gibt es von der 69 PS Motorisierung und zwar um die 2300 Stück. Viele werden es nicht erwarten können. Wir kommen zum Golf 1 GTI mit 110 PS. Der bringt es inzwischen wieder auf 957 Exemplare. Vom etwas stärkeren GTI mit 112 PS gibt es dann doch einige Exemplare mehr und sind auch 1752. Das war es soweit zum Golf 1. Sollte euch auch der Jetta 1 oder KD interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Und auch über ein Like oder Abo würde ich mich sehr freuen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.